Hallo, wie geht's euch? Heute werde ich ein Video machen, das vollkommen anders ist als all meine anderen Videos. Heute werde ich euch ein Rezept verraten, das Nierensteine zerstört. Ja, ganz genau, ein natürliches Rezept, ohne Medikamente und glaubt mir, es funktioniert wirklich. Viele Menschen haben es schon probiert und es funktioniert und nach einigen Wochen waren die Nierensteine vollkommen weg. Fangen wir mal an. Also fangen wir mal an. Als allererstes müssen wir eine Zwiebel schälen. Ja, jetzt schneidet man die Zwiebel und hier haben wir ein Glas. Ein Teil der Zwiebel kommt rein und jetzt Wasser. Jetzt ganz oben, bis die Zwiebel bedeckt ist und lässt es so über Nacht. Und dann am nächsten Morgen nimmt man die Zwiebel raus und trinkt das Wasser. Und das müsst ihr dann jeden Abend machen, um es dann jeden Morgen zu trinken. Mindestens 15 Tage lang und ihr müsst immer nüchtern sein, wenn ihr es trinkt. Und ihr müsst immer eine neue Zwiebel benutzen und nicht dieselbe, damit es funktioniert. Also mindestens 15 Tage lang, damit es wirklich funktioniert und die Nierensteine zerstört. Ihr könnt es auch länger machen als 15 Tage, nur um sicher zu gehen, dass es wirklich vernichtet wird. Aber mindestens 15 Tage muss es wirklich sein. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat und dass es wirklich hilfreich ist. Ihr könnt mir glauben, dieses Rezept funktioniert wirklich. Macht es genauso, wie ich es im Video gesagt habe und glaubt mir, es wird funktionieren. Drückt bitte Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat. Und bitte abonniert meinen Kanal, das hilft meinem Kanal wirklich sehr. Folgt mir auch bitte bei Facebook und Instagram. Und falls mich irgendjemand umbringen sollte, dann wisst ihr schon, war es die Apothekenindustrie. Denn sie möchten ja nicht, dass dieses Rezept rauskommt. Aber glaubt mir, es vernichtet wirklich die Nierensteine. Da könnt ihr mir wirklich glauben. Versucht es und ihr wird sehen, dass es wirklich funktioniert. Ich bin bald wieder da. Tschüss.